Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie, Seven Days to Die. Ich dachte, ich hätte irgendwelche seltsamen Geräusche gehört. Ihr hört jetzt hoffentlich auch immer noch welche. Ich wollte kurz gucken hier. Alter, Helm heißt das Ding. Kunst des Bergbaus. Grundausbildung zum Feuerwehrmann. Helmlicht. Bauplan, Helmlicht, Mod, Kunst des Bergbaus, Band 7. Alte Scheiße. Das heißt, wir brauchen einen Bookstore und sowas. Aber gut, dann Händler. Wir nehmen mit Blunderbust, hier diese Bücher, bringen gut Geld. Das bringt Geld. Oh, nicht viel, aber bringt auch Geld. Sweatshirt, Mützchen. Bringt nicht viel, bringt mehr. Gucken wir mal, ob wir da in zwei Stück vertickt kriegen. Vielleicht noch eine Blunderbust. Hier diese komischen Steroide. Warum habe ich hier eine gute Ranch drin? Ich glaube, die sollte da gar nicht rein. Das ist, glaube ich, meine To-Go-Ranch. Kann das sein? Wenn sie den mal möchte. Merkwürdige Reihenfolge hier unten, aber gut. So, ein bisschen Sprit nehme ich noch mit aus meiner Technikkiste. Nehmen wir euch die Hälfte davon. Ich würde hier gerne drüber, Dankeschön. Und wir machen mal los zu der, die das dem Händler hin. Aua. So, einmal bitte austanken, volltanken. Habe ich noch was? Ne. Aufbewahren. Ach ja, gut. Egal. So, dann bitte einmal hier hinten. In welche Richtung? Natürlich hinter uns. In Sist-Direktion. Ich glaube, mit Shift ist der Roller auch nicht mehr schneller. Kann er sein. Juhu. Ne. Da tut sich irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Gut. Also, Händler und... War ich in dieser Tasche schon dran? Hier bestimmt, ne? Ja. Händler und hoffen, dass der für uns was zu essen hat. Was wir kaufen können. Ja, ansonsten sehe ich schwarz. Aber das Ding ist tatsächlich, wenn man... Das hatte ich nämlich letztens mit meiner Schwester, als wir offline gespielt haben. Also, ohne dass jemand zugeguckt hat. Ähm. Oh, cool. Die können wir noch verkaufen. Das nehme ich dann mit. Kann man die verkaufen? Ne. Dann kann ich sie auch zerlegen. Die könnte ich, glaube ich, verkaufen. Ui. 576. Aber ne. Nicht 12 Funzeln. Die. Gut. Gehen wir erstmal zum Händler und dann sacken wir da noch weiter ein. Auf jeden Fall, ähm... Ja. War ich da auch jenseits von Gut und Böse und, äh... Am Verhungern. Das dauert tatsächlich erstmal echt verdammt lange, bis man soweit ist, dass man wirklich verhungert. Also, so, was haben wir hier? Schädelbrecher. Was ist denn das denn? Hm. Lamm-Ration. Uh. Die schauchen wir mal. Große Rindfleisch-Ration. Atom-Junkies. Komm, ne Dose Birnen. Pfeifen wir uns auch nochmal rein. Einfach, damit wir auf Nummer sicher gehen können. Fünfzehn. Was möchtest du denn? Sieht schon fies aus bei dem Licht. Uh. Hm. Das war jetzt so eigentlich gar nicht so unbedingt geplant, aber gut. Wir nutzen die ja eh so selten, ne? So, guten Tag, äh... Joel. Darf ich mal in dein Inventar gucken? So, erstmal hier ein bisschen was zu Geld machen. Ne, die kaufe ich jetzt nicht einzeln. Oh, das dauert so lange. Ach, die möchte er jetzt nicht mehr haben. Jetzt vielleicht? Ne. Lustige Schuhe. Dankeschön. Zwei Dosen. Dankeschön. So. Das war das Bergbauhelm für 640. Hat der einen Mod jetzt drin oder hat der den nicht drin? Der müsste den drin haben, ne? Ja. Wir gucken erstmal hinten bei dem komischen Stuff. Mein Bauplan ist noch besser, als nur einen Helm zu kaufen, Nadel und Faden. Was bringt mir das? Wow. Für Denim, Jeans, Röcke und Overalls. Ach, komm. Helmlichtmod. Hab ich... Könnte ich hier was reinbauen? Theoretisch? Ne, nur kosmetisch. Okay, dann, ähm... Was möchtest du denn? Automaten. Ja, ich hab den doch benutzt, den Automaten. Dann komm. Wir kaufen uns diesen verklöppelten Helm hier. In der Hoffnung, dass wir dann auch dementsprechend... ...tragen. Bei der hat Hitze Widerstand 8, Kälte Widerstand 4. Das andere Ding hat quasi nix. Aber jetzt haben wir endlich... ...endlich eine eigene Funzel und können die hier unten aus dem Inventar rausnehmen. Wie schön. Können wir uns zum Beispiel hier das da reinpacken. Gut. Dann, äh... Dankeschön. Ähm, hättest du noch vielleicht... ...ne Aufgabe für mich? Abholen. 800 Meter Richtung Norden. Beseitige Zombies. 1,1 Kilometer Richtung Osten. Komm, machen wir mal abholen. Ich hab' Arbeit für dich zu akzeptieren. Oh, da hinten. Am... ...er Welt. Hm. Gut. Ähm... Die Dose Birnen würde ich mir jetzt auch gerne nochmal... ...reinpfeifen. Zerleg' ich. Zerleg' ich. Einmal raus. Ja, wie geil. Wir haben jetzt zumindest endlich, äh... ...ein Helmlicht öffnen. Ne, ich wollte eigentlich... ...in die Aufbewahrungskiste. Das bleibt hier. Das auch. Die auch. Das auch. Toll. Einen Stein. Was soll ich mit einem Stein? Nichts. Der geht jetzt weg. So, dann machen wir nochmal eben Elkiste leer. Einfach nur, weil wir was können. Die war, glaub ich, kaputt, ne? Ja. Schade. Zerstörte Werkbank. Und dann würde ich gerne nochmal zum, äh... ...andern Händler fahren. So, das will ich behalten. Das auch. Ja, auch das Schießpulver. So, ähm... ...der andere Händler... ...ist dort. Hier so mittendurch ist schwierig, ne? Wegen der Seenlauch und sowas, aber... Na gut, dann müssen wir halt. Vielleicht jetzt nicht so 100% straight, quer, quer durch, quer durch, aber... ...schon so ein bisschen... ...wie sich auch der Rasen nach dahinten hin aufbaut, ne? Auch geil. Nehme ich auf. Ja. Auch mit Kamera. Ja. Schön. Oh, ein Vogel-Nest. Da muss ich jetzt dann doch nochmal gucken. Sehr schön. Achso. Ja komm, dann nimm es halt. Wo bist du denn? Achso. Hör auf, mich zu umarmen. Ich stehe nicht so darauf, dass Fremde mich hier von der Seite an... ...anfassen. Habe ich die Blunderbust nachgeladen? Ja, habe ich. Für den Fall der Fälle. Aber ein paar Eier einzusammeln kann ja auch nicht schaden unterwegs. Wie fahre ich jetzt gerade? Naja, so mehr oder weniger halbwegs mitten auf den... Oh, das ist zwölf. Halbwegs mitten auf den Dingens zu. Ach komm, ich sammle sie mit ein und irgendwann lasse ich sie alle gemeinsam fallen und dann ist gut. Da ist wieder ein Huhn. Schade, dass man das nicht betäuben kann, wenn man mit dem Minibike drüber fährt oder so. Aber das ist ja eh fast genauso schnell wie ich. Was ich hier sehr merkwürdig finde, ist hier alles Speedhühner. Das sind noch irgendwelche Vogelnester, wenn das jetzt wenigstens immer so bleibt, weißt du? Dass du ein Vogelnest lootest und kriegst dann auf jeden Fall immer ein Eiweih raus. Das wäre schon mal eine praktische Geschichte. Aber das war ich da auch schon drin in diesem Ding. Ich weiß es gar nicht. Hui! Da ist noch ein Vogelnest gewesen hier irgendwo. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Da. Da ist noch ein Zombie. Beim Sheriff. Ich glaube, hier war ich schon drin, ne? Kann das sein? Ah, können wir gleich überprüfen? Ne, doch, die sind noch lootbar, okay. Aber trotzdem war ich hier, glaube ich, echt schon drin. Ich hatte nur den Tresor nicht geöffnet. So war das, glaube ich. Genau, prügel dich da mal rein. Vollidiot. Depp. So, wir wollen jetzt aber weiter in diese Richtung da hinten. Ähm, wie sieht das hier aus? Die Richtung ist vollkommen falsch. Ich muss da lang. Das heißt aber auch... Oh, Vogelnest. Willst du mal bitte von dem Vogelnest runtergehen? Ernsthaft? Mann, 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 Mann. Hm. Ich weiß zwar nicht, was ich mit den ganzen Federn soll, aber immerhin sind da auch Eier drin. Das ist schon mal sehr gut. So, Obacht. Hier ist Pfützenalarm. Also das Wasser sieht echt nicht schlecht aus. Das haben sie tatsächlich in dieser Alfa ganz schön... ...schön, schön gemacht. Schön, 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 schön. Okay, diese kleine Pfützenreihe macht noch nichts aus. Hm, nur drei Federn. Komm, Vollgas hier und ab dafür. Da war ich, glaube ich, auch schon drin, ne? Oder? Ja, sieht ganz genau aus. Ja, leider keine Bücher drin. Uh, wo hänge ich den jetzt hier fest? So ein Bookstore wäre eine ganz praktische Angelegenheit, ne? Wo ist ja jetzt der Händler? Wir fahren in die falsche Richtung. Ich schaffe es auch immer wieder, ne? So ein Bookstore, damit wir... ...ein paar mehr Skills... ...ähm... ...sammeln können, damit uns das Ganze hier besser geht. Damit wir mehr selber herstellen können und so. Ich meine, gut, jetzt haben wir jetzt schon mal einen Helm... ...mit einer Helmfunzel. Das ist ja auch nicht schlecht. Wo ist denn hier das Vogelnest da vorne? Ist auch immer toll. Man springt ab und... ...sieht dann auf einmal nichts mehr, weil man sich sonst wo befindet. So. Oh, hier ist Müll. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht dran. Ne. Uh. Unsere erste Schatzkarte. Die lese ich doch mal. An alle, die es angeht. Wenn du im Besitz dieser Notiz bist, dann ist es gut möglich, dass ich von den Toten aufgefressen wurde. Hä? Folge dieser Karte zu einem meiner Verstecke mit wertvollen Schätzen, die ich vergraben habe, damit Crazy Jake sie nicht findet. Wenn du es findest, mach das Beste draus. Liebe Grüße. Nicole. Ach, da. Ne, wenn die hier rumtrollt, dann möchte ich sie gerne erst mal vorher einmal begrüßen. Ist sie jetzt auch tot? Ja. Okay. So, wir haben jetzt hier Schatzkarte. Ja, dankeschön. Ähm, ähm, das müsst ihr als Quest, die habe ich verkackt, ich weiß, auf der Karte anzeigen. Ach, neben der Ölfabrik. Wegpunkt speichern. Schatz. So, sehr schön. Aber wir sind jetzt ja erst mal ganz woanders hin unterwegs. Wunderbar. Sechs Eier immerhin schon. Ja gut, die können wir zur Not noch verkaufen, wenn der Händler sie haben will. Ich glaube, diese Dinger hier hatte ich mir beim letzten Mal schon angeguckt, ne? Ja. Gleiche hier mit diesem Jawohl. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas Essenstechnisches gut vorhanden ist in diesem komischen Gebäude oder ob es hier irgendwie andere, ähm, praktische, sinnvolle Dinge gibt. Puh, da war noch ein Vogelnest, glaube ich. Ja, dort. Irgendwo hatte ich auch mal einen Minibike hier vorne. So, bitte einmal. Nachtanken. Dankeschön. Das Ding hier kenne ich noch so überhaupt nicht tatsächlich. Aber ich würde vorher gerne einmal hier rechts in die Scheune rein wollen. Ich weiß, das ist nicht die Scheune. Okay. Ich weiß, das ist nicht die Scheune. Irgendwas. Da ist doch was hinterher. Das sehe ich doch so schon. Zum einen diese alte Tasche. Toll, die mir irgendwie nur so eine Bohne gibt. Ne, da komme ich so nicht rein, okay? Hm. Gut, die Schaufel brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber okay. Ist hier sonst noch irgendwas hinter, was nützlich ist? Ne. Schade Pech, schade nicht. Was hat das da drin? Scheinbar keinen. Oh, ein Token. Wie nett. Ich wollte ja eigentlich hier drüben, ne? Dahinter steht ein Zombie. Ich weiß es. Aber schon blöd, dass man die Dinger hier nicht mehr aufnehmen kann. Haha, du hast einen lustigen Hut. Das wird doch nicht nur der einzige Zombie hier drin gewesen sein. Da unten ist noch eine Kiste drin, scheinbar. Die sich da versteckt. Ah, toll. Das hat früher die Sache doch ein bisschen einfacher gemacht, als man die so wegnehmen konnte. Sehr gut. Lamration oder so? Ja. Nom, 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 nom. Kommt, dann drüben wir auch noch mal einen drauf. Ja, zack. Ach, die aufnehmbaren Heuballen gibt es aber immer noch. Das ist aber interessant. Ja, nee, ist klar. Mal gucken. Ha. So ein bisschen was. Immerhin 15 Nahrung. Das ist ja auch schon mal nicht das Schlechteste. So ein Kaffee könnte ich vielleicht noch verkaufen. Was soll ich hiermit? Kann ich nichts mit tun. Dann droppeln wir die mal. So, hier hinten noch irgendwas Spannendes für mich. Nee. Aber hier oben könnte noch was drauf sein. Ah, ein Vogelnest mit vier Federn. Na super. Aber ansonsten scheint hier nicht so viel zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich für diese Folge schon ein Thumbnail habe. Ach, echt, ich habe Licht an. Okay. Bis dahin reicht das. Hm, interessant. Nun gut. Dann haben wir jetzt mal eins geschossen. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020